Die wichtigsten Aminosäuren für uns heute sind Tryptophan und Lysin. Schon mal davon gehört? Fangen wir mit Tryptophan an. Was wisst ihr über Tryptophan? Einfach mal so Brainstorming. Was wisst ihr darüber? Was macht Tryptophan? Was hat es für eine Bedeutung? Gute Laune. Wieso gute Laune? Serotonin wird gebildet. Und was wird aus Serotonin im Abend gebildet? Richtig. Deswegen ist Tryptophan gut für was? Schlaf. Ganz genau. Genau. Richtig. Wie viel Prozent der Deutschen haben Schlafstörungen? 90. Ein Dritt. Minimum. Also schwarze, die dunkelste Fesshöhe. Das heißt, wir sehen ein akutes Problem beim Schlaf, aber auch wie viele Leute haben schlechte Laune. Wie oft lacht ein Durchschnittsdeutscher am Tag und wie oft lacht ein Baby? Wie oft lacht ein Baby am Tag und wie oft lacht ein Durchschnittsdeutscher am Tag? Bitte. Schätzungen. Wow. Gut. Drei bis achtzehn Mal. Je nachdem, wo man lebt. Drei Mal. Drei Mal. Ja, das ist beim Mann schon gut. Guck dir mal die Leute an. Ja, ja. Es gibt sehr viele verbitterte Leute. Und besonders aktuell. Also ich bitte euch. Es ist eine sehr, sehr traurige Zeit für die meisten Menschen. Also ihr seht, es fehlt an Glückseligkeit. Und es gibt viele Forscher, die beschreiben das. Ich habe einen langen Vortrag über Tryptophan gesehen. Er sagt, das wäre die Aminosäure der Erleuchtung. Und er ist damit nicht ganz weit weg von der Wahrheit. Weil wenn wir Glückseligkeit haben, eine heitere Gelassenheit, dann gehen wir alles mit Problemen um. Wir sind natürlich auch viel gesünder, weil wir einen positiven Mindset haben. Das heißt, diese Aminosäure hat einen besonderen Schlüssel. Und jetzt stellt euch vor, ein besonders giftiges Pestizid zerstört diese Aminosäure. Und das nennt sich Glyphosat. Und deswegen haben wir in den Pflanzen schon den Tryptophan-Mangel. Deswegen sage ich euch, die Sprossen, alles schön und gut. Aber sind da wirklich noch die Aminosäuren drin? Wo kommt das Saatgut her? Ist es Hybrid-Saatgut? Ist es Terminator-Saatgut? Ja, was sind das für Sorten? Da haben wir nicht den Überblick. Wenn wir Bioladen einkaufen, Leute, das ist Goodwill. Wir haben nicht mehr letztendlich die Bestätigung, dass da drin auch die ganzen Aminosäuren sind. Wo die Aminosäuren sind, sind eben solche Präparate von ganz schönen Herstellern. Aber ich sage euch nur, sorgt dafür, dass ihr einen guten Tryptophan-Spiegel habt. Das heißt, jeden Tag, ich empfehle, zwei bis drei Gramm Tryptophan zu nehmen. Am Anfang werdet ihr ein schummriges Gefühl haben, ein inneres Kribbeln oder Bauchmärchen oder Übelkeit. Wieso? Weil Tryptophan stellt auch einen ganz wichtigen Entzündungsregulator namens EPO her. Also Tryptophan ist nicht nur für Serotonin etc., sondern auch für verschiedenste Enzyme. Und dieses EPO ist wichtig, um Entzündungen runterzufahren. Und die meisten von uns haben eine leicht chronische Gastritis oder andere Darmentzündungen. Und das Tryptophan wirkt sofort. Und das ist dann ein bisschen unangenehm. Und auch das Serotonin ist auch eine ganz starke Entzündung. Serotonin macht dich nur glücklich. Es hat ganz viele Funktionen im Körper. Allerdings über Serotonin könnte ich jetzt einen riesigen Vortrag halten. Ja, aber würdest du dann sagen, weiternehmen? Gerade dann. Und die alles hinweg. Gerade dann, weil Tryptophan wirkt auch ganz stark antiparasitär. Und wer hat dir wohl gesagt, hör auf mit Tryptophan? Wer sagt sowas? Ja, ich habe auch gehört, was mir so schlecht geht. Genau. Und wer gibt dir dieses schlecht? Also, wir haben in Speiseröhre, Darm etc. Candida, Pilze, Bakterien, Bleomorphorganismen und ganz viele unliebsame kleine Lebewesen, die mit unserem enterischen Nervensystem sehr eng verknüpft sind. Das heißt, sie können über ganz bestimmte Impulse und Sachen, die sie ausstoßen, unser Gehirn und unser Bewusstsein kontrollieren. Und wenn wir also manchmal Sachen essen, wie Sauerkraut, Kimchi, Weizengras und wir kotzen oder uns ist übel, dann ist es nicht uns übel, sondern diesen Bakterien, Parasiten etc. Auch bei bitteren Kräutertees. Und dann müssen wir da drüber gehen, wenn wir Regeneration und Heilung wollen. Dann nicht aufhören, sondern dann gerade sagen, oh, ich habe endlich mal was gefunden, wo ich ansetzen kann. Da tut sich mal was. Dann vielleicht eine kleine Dosierung am nächsten Tag weitermachen. Ja? Aber bitte weiter dranbleiben. Weil das Tryptophan ist nicht das Problem. Das Tryptophan ist sehr, sehr wichtig. Und das heißt, dass du einen massiven Mangel hast. Wie? 80 Protein. Du, ich, guck mal, 6 Jahre Rohkost, die ganze Zeit, ich habe immer noch auf meinen Balken, ist ja, ist in der Mitte das Optimum und hier ist das Negative. Und so wäre gut und ich bin immer noch im gelben Bereich so. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Also, Tryptophan haben wir nicht in den Pflanzen. Ja? Glyphosat zerstört, die globale Landwirtschaft zerstört es. Wir haben einen hohen Verschleiß, weil wir eben durch das aktuelle Leben ganz viel dieser Aminosäuren brauchen. Und wir kriegen sie auch sonst sehr, sehr rar. Also, sag mir, welche sind die Tryptophan-reichtigen Lebensmitteln der Welt? Welches Lebensmittel hat überhaupt Tryptophan? Da können wir einige Mythen auch gleich ansprechen. Habt ihr schon mal gehört, dass die Banane angeblich Tryptophan haben soll und glücklich machen soll? Das war mal. Heutzutage ist sie tot und leer. Heutzutage übersäuert eine Banane den Körper. Weil sie unreif geerntet wird und ihr fehlen Mineralien, um vollständig verstoffwechselt zu werden. Und deswegen übersäuert sie. Das heißt, sie entzieht den Körper Mineralien, obwohl sie ihm eigentlich welche geben sollte. Also, Banane hatten ursprünglich Tryptophan. Welche ist die Tryptophan-reichtste Lebensmittel der Welt? Wir hatten ja eben schon, ich kann euch eine Hilfe geben, was sind die einigreichsten Pflanzen der Welt? Diese Pflanzen sind natürlich auch wahrscheinlich die mit dem höchsten Tryptophan-Gehalt. Richtig. Spirulina auch da, Nummer eins. Ja. Ja. Chlorella sehr hoch. Was ist das, was du da annehmen? Das, genau. Das hier ist Tryptophan. Also, ihr müsst euch vorstellen, wie ich das supplementiere. Also, ihr seht, ich bin wie ihr. Ich esse Weizengras, Wildkräuter, High-End, Rohkost, Züchtemansprossen und nehme das trotzdem. Also, denkt nicht. Spirulina kauft man in dir so mal? Nee. Nee, nee, nee. Nur bei Dr. Raw oder. Genau. Diese Crunchy Spirulina von Akal Food, die wir besprochen haben bei Dr. Raw oder bei Akal Food, die kannst du einfach so essen. Die schmecken köstlich. Die kannst du über einen Salat machen, kannst du einen Smoothie machen, kannst du so essen, kannst du trinken, kannst du einen Shake machen, wie du willst. Okay, das sind keine Tabletten oder so? Nee, das sind wirklich die Pflanze. Das ist wirklich die Pflanze. Das ist ein Cyanobakterium. Genau, das ist eigentlich nicht mal eine Mikroalga, das ist ein ganz kleines Cyanobakterium, was so klein ist, dass es im Körper auch überall wunderbar eingebaut werden kann, überall wirken kann. Es ist so gesund, dass daraus Kondome gemacht werden. Weil es so stark gegen Viren hilft. Ja, Spirulina, Kondome, also unfassbare Pflanze. Genau, und diese Pflanze hat auch am meisten Tryptophan. Früher war es mal noch Cashewkerne und sonstige Sachen, aber die sind alle keine Tryptophan-Quellen. Das heißt, eigentlich haben wir einen massiven Tryptophan-Mangel schon allein, weil wir es nie essen. Dann kommt noch die Landwirtschaft dazu und dann unser Alltag. Das heißt, wir sind komplett unterversorgt mit dieser Aminosäure. Das heißt, es wäre sehr, sehr wichtig. Also, ich nehme davon, wie gesagt, fast 50 am Tag. Ja, und jetzt, ich nehme die und trinke dazu vielleicht so einen grünen Saft und schlucke die runter. Ja, ja, ja. Oder ich nehme ein gefilteres Wasser und knall sie mir wirklich rein, ja. Dafür spare ich mir meine Mahlzeiten. Jetzt kommen wir zu meiner Rechnung. Was kaufe ich als Normalbürger? Morgen hole ich mir einen Kaffee, hole ich mir ein Stückchen, hole ich mir Mittagessen da, gehe ich in der Kartine essen. Wenn ich das alles rechne und da habe ich hier eine Portion, die kostet mich 7 Euro am Tag, ist viel. Weil die jetzt, wie gesagt, 40 Euro. Natürlich, wenn ich 10 Packungen hole, habe ich ein bisschen günstiger, also ich plane das schon ein bisschen. Aber dann komme ich vielleicht auf eine Packung, kostet mich ungefähr 25 Euro. Und die ist aber in drei Tagen leer. Hat keine Kalorien. Hat keine Kalorien und ich habe nur positive Effekte. Bei den anderen Sachen habt ihr immer noch Stuhlgang, Ausscheidung. Hier habt ihr alles wettverwendet für Neurotransmitter, Enzyme, Immunzellen etc. Das heißt, wenn ihr von dem Immunsystem anfängt zu redet und ohne Tryptophan und Lysin argumentiert, dann fehlt was. Wenn du zu Mekles gehst und so eine kurze Tüdo ist, du sollst nur noch Tüdo. Eben. Und wenn man es mal rechnet und... Ja, klar. Du, ich habe früher McDonalds und so, aber ich habe hochfrequentiert. Ja. Genau. Warst du schon von Einkeimen, Aktivieren und so? Was gehört? Genau. Also die Cashewkerne haben ganz viele Lektine, Oxalsäure, Inhibitoren und Antidährstoffe. Das heißt, wenn du die so isst und sie perfekt zu Microgens gemacht haben, sind sie hochgradig giftig. Sie lähmen nicht... Giftig. Giftig. Ja. Für uns nicht so, dass wir gleich sterben. Aber sie lähmen den Organismus und bringen mehr schlecht als recht. Auch sie sind sehr gut fermentiert und vorher eingeweicht und zwar am besten 24 bis 72 Stunden. Und wenn ihr dann mal seht, wenn ihr sie so lange einweicht, was da von Schleim rauskommt, wie das riecht und was das für gelehrtartige Lymphe in euch erzeugen würde, wenn ihr das esst, dann verzichtet ihr gerne darauf. Und was ist, wenn du die aktivierst bei 42 Grad im Dörr? Du aktivierst ja nicht im Dörr, du aktivierst den Wasser. Genau. Durch Wasser aktivieren und dann im Dörr offen wieder trocken. Das kannst du machen. Da ist es schon viel, viel besser. Ist aber trotzdem von Omega 6 und Omega 3 verhält das immer noch keine gute Nuss. Ja, und hat viele Nachteile. Und ist halt nicht biodynamisch, nicht aus der Saison. Ist das so Schleimstein im Darm, oder? Ja, die schmeckt auch sehr gerne. Genau. Leute, und das ist alles, was ich sage, ist alles toll, was ihr macht. Und für den Übergang sehr, sehr gut. Und esst gerne noch ab und zu Cashews. Nur denkt nicht, dass es gesund sei. Und denkt nicht, dass ihr daraus Tryptophan bekommt. Ja, weil das Tryptophan ist da so verschachtelt drin, unter den ganzen Giftstoffen, dass der Darm es gar nicht aufnehmen kann. Ihr habt 30%ige, geringere Wirkung durch die Antinährstoffe. Also es ist nicht mehr daraus zu ziehen. So genauso wenig, wie aus Paranüssen noch Selen zu holen ist. Ist einfach lächerlich. Und du hast irgendwie gesagt, irgendeinen Stoff zerstört Tryptophan? Genau, Glyphosat. Und woher kommt dieser? Aus Düngemittel. Düngemittel, Monsanto, genau. Hast du schon mal gehört von Glyphosat? Okay, also es gibt ganz viele Pestizide, Herbizide und Giftstoffe, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, um die Pflanzen zu schützen. Aber diese Giftstoffe töten das Leben. Und töten auch die Aminosäuren, die das Leben bilden. Und deswegen wird Tryptophan gar nicht mehr gebildet in den Pflanzen. Und du hast eigentlich nur ein Surrogat, ein auf Wasser aufgedunsenes Gewächs, was nichts mehr Nährstoffen hat. Auch im Bioladen. Dr. Joe. Alles gut, besser so. Das ist ein ganz dunkles Thema der Menschheitsgeschichte. Ganz dunkles Thema. Und jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, das wird extra gemacht. Um das Bewusstsein der Menschheit runterzuhalten, wurde extra dieses Glyphosat so entwickelt, dass das Tryptophan rauskommt. Und dass das Lysin zerstört wird. Genau, da kommen wir zur nächsten Aminosäure. Wieso fehlt Lysin? Also Tryptophan haben wir verstanden, ja? Unbedingt supplementieren oder ganz viel Spirulina essen, sonst haben wir es nicht mehr. Es ist wichtig für Glückseligkeit, es ist wichtig für Regeneration, wichtig gegen Entzündungswerte, wichtig gegen Pilze, Geschwiegenviren, ganz, ganz wichtiger Stoff. Ja. Noch eine Frage, meine Damen und Herren, das bedeutet Tryptophan? Tryptophan. Kannst du auch einfach mal rumgehen? Das ist ja klar, das ist in der Spirulina drin. Und warum nimmst du jetzt Spirulina und Tryptophan? Weil ich ganz viele alte Defizite habe. Spirulina kann man gar nicht mehr nehmen. Genau. Dann hätten wir doch Spirulina-Krauten auch verbunden. Die müssen im Becken gezüchtet werden? Im Meer. Im Meer oder im Becken, ja? Das ist süß, sondern nicht im Meer. Das wird dann zum Beispiel aus Keimlingsprossen oder eben aus solchen Pflanzen wie Spirulina oder anderen gewonnen. Okay, Thema Tryptophan beendet. Wir kommen gleich zum Thema Lysin. Aminosäuren haben wir jetzt verstanden, ja? Und dann gehen wir mal zu dem nächsten wichtigen Bestandteil einer gesunden Ernährung, nämlich Lysin. Bis gleich. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohen, veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmschülung und entspannt euch auf der Serra Gym Infrarot-Liege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkroten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann, 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 dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkte und Anwendungen findet ihr unten in der Infobox. Die Infobox.